Als er dann an einem Sabbat in das Haus eines der Häupter der Pharisäer kam, um dort am Male teilzunehmen, lauerten sie ihm auf. Und siehe, ein wassersüchtiger Mann erschien dort vor ihm. Da richtete Jesus die Frage an die Gesetzeskundigen und Pharisäer, Darf man am Sabbat heilen oder nicht? Sie aber schwiegen still. Da fasste er ihn an, heilte ihn und hieß ihn gehen. Dann sagte er zu ihnen, Wem von euch fällt sein Esel oder sein Ochs in einen Brunnen und er zieht ihn nicht sofort auch an einem Sabbat-Tage heraus? Und sie vermochten ihm auf diese Frage keine Antwort zu geben. Er trug dann den Gästen ein Gleichnis vor, weil er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze auswählten und sagte zu ihnen, Wenn du von jemandem zum Hochzeitsmahl eingeladen bist, so setze dich nicht oben an. Es könnte sonst ein Vornehmerer als du von ihm geladen sein und dann würde der, welcher dich und ihn geladen hat, kommen und zu dir sagen, Mach diesen Platz! Und du müsstest dich als dann dazu verstehen, beschämt unten anzusitzen. Nein, wenn du geladen bist, so geh hin und setze dich unten an. Dann wird der Gastgeber kommen und zu dir sagen, Freund, rücke höher auf. Dann wirst du Ehre vor all dein Tischgenossen haben. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Er sagte dann auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, Wenn du ein Mittagsmahl oder ein Abendessen veranstaltest, so lade nicht deine Freunde und deine Brüder, deine Verwandten und reichen Nachbarn dazu ein. Sonst bitten sie dich wieder zu Tisch und dir wird Gleiches mit Gleichem vergolten. Nein, wenn du ein Gastmahl veranstaltest, so lade Arme und Krüppel, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, weil sie es dir nicht vergelten können. Denn es wird dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Als das einer von den Tischgenossen hörte, sagte er zu ihm, Selig, wer am Male im Reiche Gottes teilnehmen darf. Da antwortete ihm Jesus. Ein Mann veranstaltete ein großes Gastmahl und lud viele dazu ein. Er sandte dann sein Knecht zur Stunde des Males aus und ließ den Geladenen sagen, sie möchten kommen, denn es sei schon alles bereitet. Da begannen alle ohne Ausnahme sich zu entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen, Ich habe einen Acker gekauft und muss notwendig hingehen, um ihn zu besichtigen. Ich bitte dich, sieh mich als entschuldigt an. Ein anderer sagte, Ich habe fünf Paar Ochsen gekauft und muss hingehen, um sie mir anzusehen. Ich bitte dich, sieh mich als entschuldigt an. Wieder ein anderer sagte, Ich habe mich verheiratet, kann also nicht kommen. Als nun der Knecht zurückkam, berichtete er dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und gab seinem Knecht die Weisung, Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen und Krüppel, die Blinden und Lahmen hierher. Der Knecht meldete dann, Herr, dein Befehl ist ausgeführt, doch es ist noch Platz da. Da sagte der Herr zu dem Knecht, Geh auf die Landstraßen und an die Zäune hinaus und nötige die Leute dort herzukommen, damit mein Haus voll werde, denn ich sage euch, keiner von jenen Männern, die zuerst geladen waren, wird mein Mahl zu schmecken bekommen. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Da wandte er sich um und sagte zu ihnen, Wenn jemand zu mir kommt und nicht sein Vater und seine Mutter, Weib und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben hasst, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel zur Ausführung habe. Sonst, wenn er den Grund gelegt hat und den Bau nicht zu Ende führen kann, werden alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und werden sagen, Dieser Mensch hat den Bau angefangen, doch ihn nicht zu Ende führen können. Oder welcher König, der zum Krieg mit einem anderen König ausziehen will, setzt sich nicht zuerst hin und hält Rat, ob er imstande sei, mit zehntausend Mann jenem entgegenzutreten, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt. Sonst muss er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft an ihn schicken und um Friedensverhandlungen bitten. So kann also keiner von euch mein Jünger sein, der sich nicht von allem losgesagt, was er besitzt. Das Salz ist wohl etwas Gutes, wenn aber sogar das Salz fade geworden ist, womit soll man es wieder zu Salz machen? Weder für das Land noch für den Düngerhaufen ist es brauchbar. Man wirft es eben aus dem Hause. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es waren aber überall die Zöllner und Sünder, die ihm nahe zu kommen suchten, um ihn zu hören. Darüber murrten die Pharisäer und die Schriftgelehrten laut und sagten, Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Da trug Jesus ihnen folgendes Gleichnis vor. Wo ist jemand unter euch, der hundert Schafe hat und wenn ihm eins davon abhanden kommt, nicht die 99 in der Einöde lässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet. Wenn er es dann gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und ruft, wenn er nach Hause kommt, seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wieder gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel über einen einzigen Sünder der Buße tut mehr Freude sein, als über 99 Gerechte, die keine Buße nötig haben. Oder wo ist eine Frau, die zehn Silberstücke hat und wenn sie eins davon verliert, nicht ein Licht anzündet und das Haus kehrt und eifrig sucht, bis sie es findet. Wenn sie es dann gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarin zu sich und sagt, Freut euch mit mir, denn ich habe das Silberstück wieder gefunden, das ich verloren hatte. Ebenso sage ich euch, herrscht Freude bei den Engeln Gottes über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Dann fuhr er fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngste von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zukommt. Da verteilte jener das Hab und Gut unter sie. Wenige Tage darauf packte der jüngere Sohn alles, was ihm gehörte, zusammen und zog in ein fernes Land. Dort brachte er sein Vermögen in einem ausschweifenden Leben durch. Als er nun alles aufgebraucht hatte, entstand eine schwere Hungersnot in jenem Lande und auch er fing an, Not zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der ihn auf seine Felder schickte, um die Schweine zu hüten. Und er hatte nur den Wunsch, sich an den Schoten des Johannesbrotbaumes satt zu essen, die die Schweine zu fressen bekam. Doch keiner gab sie ihm. Da ging er in sich und sagte, Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, während ich hier vor Hunger umkomme. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich denn auf den Weg zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater kommen und ward von Mitleid ergriffen. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber befahl sein Kind, Halt schnell das beste Gewand und legt es ihm an. Gebt ihn ein Ring an die Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her. Schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an fröhlich zu sein. Sein ältester Sohn war unterdessen auf dem Felde. Als er nun heimkehrte und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen. Da rief er einen von den Knechten und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Der gab ihm zur Antwort, Dein Bruder ist zurückgekommen, da hat dein Vater das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Da antwortete er dem Vater, Siehe, schon so viele Jahre diene ich dir und habe noch nie ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du noch nie ein Böcklein gegeben, damit ich mit meinen Freunden ein fröhliches Mahl hielte. Nun aber dieser dein Sohn heimgekehrt ist, der dein Vermögen mit Dürren durchgebracht hat, da hast du ihm das gemästete Kalb schlachten lassen? Er aber erwiderte ihm, Mein Sohn, du bist allzeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Wir mussten doch fröhlich sein und uns freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Sei achtsam, du bist ein Verwalter des Talers, der dir zugewiesen wurde. Deine Ausgaben sind eine Reflexionsfläche, die offenbart, woran dein Herz hängt. Sei wachsam, Gaukler, Händler und Schauspieler können dich vom geraden Weg abbringen. Vielen Dank für den Rat. Du bist ein Engel in der Not. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Du bist ein Engel in der Not.